Ja, genau. Stimmt. Zettel. Zeichnung. Aufheben. Na aber klar. So, und das ist glaube ich bei I. Kann man die auch größer? Untersuchen. Okay. Der Junge weint. Die Männer beobachten uns. Und da hat das nicht lange gedauert bei mir, um zu begreifen. Liebe ist durchdrungen. Der Mond brennt. Das ist nur rückwärts. Aber Liebe ist durchdrungen. Der Junge weint. Der Mond brennt. Die Männer beobachten uns. Hä? Ein Blümchen. Und ein Tottenkopf. Hier. The Moon is... Ja, es ist ein Gnin... 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 Gninrup. Is burning. Love is... Penetrated. Was? Ja. Okay. Okay, schließen. Sollen wir mal reingrabbeln? Ja, bestimmt. Hallo. Bestimmt auch was drin. Jetzt springt uns was an oder so. Es ist zu dunkel. Da kriege ich auf keinen Fall rein. Kluger Sam. Feiner Sam. Der hat nur Angst. So. Die Ausrede für alles. Ja. Pussy. Und jetzt wird es nämlich witzig, weil wenn ich mich nach links zurückdrehe, ist da die Tür, aus der wir gekommen sind. Ja. Ja. Ich gehe jetzt nochmal nach links. Da ist noch eine Tür. Die habe ich beim ersten Mal komplett übersehen, weil ich immer dachte, es sei die gleiche. Dieselbe. Wie auch immer. So. Hallo. Das ist übelst einladend hier. Reaching Dreams, ja. Tür. Wurfis. Es ist verschlossen. Da sind Aufkleber von Hundeköpfen auf der Tür. Ja. Oh, zu schade, dass so die schöne Musik hier nicht... Die ist voll schön gemein. Okay, wir haben zwei Türen. Aber zumindest ist es hell. Also, ich habe ganz andere Sachen erwartet. So irgendwie mit Taschenlampe und... Siehst, kommt noch was. Ja. Aber kommt vielleicht noch. Eine Liste von Namen. Mein Name steht ganz unten. Take it. Watch it. Nikolas. Robert. Sam Eldridge. Jeff, Carl. Hier ist überhaupt keine Frau, ne? Ja, es sind nur Männer. Hat auch bestimmt meine geschrieben. Bei dir ist ja auch Klaue. Okay, gucken wir hier zuerst? Ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Was haben wir hier? Ah. Es sieht leicht... Zerstörbar aus. Genau. Hallo. Ich glaube, dafür fehlt uns noch was. Wenn ich mich recht erinnere. Und ein Gegenstand. Ja. Ein Hammer. Ist ja hammer, hammer hart. So, da ist das. Nichts, nichts. Hehehe. Hehehe. I. Ja, nett. Ganz nett. Ja. Und da das mit einem Rätsel zu tun hat... Ähm... Und wir jetzt so die erste Stunde, die wir spielen, vielleicht besser, also vernünftig vorankommen wollen. Und du in etwa mal verstehst, wie diese Rätsel funktionieren. Wir müssen uns das merken. Eins, zwei. Eins. Eins. Eins, was? Eins, zwei? Ähm... War das jetzt... Eins. Eins. Eins, zwei. Eins. Okay, links einmal, rechts einmal, links zweimal, rechts einmal, oder? Ähm, ja, kannst du noch mal... Eins. Ich kann noch mal was? Ähm, noch mal kurz raus aus dem Bild und wieder rein, damit man einfach so die Anfangsposition hat. Eins. 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 Drei. Eins. Ja. Okay. Also links, rechts, links, links, rechts. Sozusagen. Okay. Dann war's das hier. Oh. Das war's noch nicht. Hallo? Daddy Bird. Mein Daddy. Daddy sind Horrorspielen, sind doof. Ja. Und sonst? Nix? Okay. Ich hätte den ja eingepackt, aber gut. Achso, jetzt sind wir... Achso, 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 ja, genau. Dann die nächste Tür. Ach ja. Ach, schön. Guck mal, da ist wieder so ein Ring. Den kann man aber nicht verwenden. Nee. Also jetzt zumindest noch nicht, wer weiß. Ja. Und hier ist alles blau. Das ist auch was zu bedeuten. Eventuell? Ich glaube, das Rätsel mit diesen Ringen, da bin ich gescheitert. Das war nachher nur noch, äh, Try and Error. Ja, und wieder zurück? Nee. Mal gucken. Also es gab ja auf jeden Fall ja noch so ein rotes Zimmer, also beziehungsweise ein Zimmer, was so rot geleuchtet hat. Genau. Das hat auch noch eine Bedeutung. Und jetzt hier. Bis aufs Zettel haben wir ja bisher noch nichts gefunden, ne? Nee. Okay, hier flackert nichts. Einladender auf jeden Fall. Wollen wir mal diese Polaroids zwischendrin? Mäh. Ist schon wieder weniger einladend. Ja, erst mal rechts, ne? Mhm. Hallo? Hehehe. Hm. Okay, drehen können wir uns nicht. Hallo? Guten Tag. Ja? Ja. Und, da, also, das mit den Augen auf den Bildern habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, also nur, dass sie halt gezwinkert haben, aber dass das irgendwie eine Reihenfolge hatte oder so, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen damals und habe hier einfach nur eine ganze Weile blöd, ne? Links. Rechts. Links. 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 Rechts. Links. Juhu. Es hat was gequietscht. Das war's Uffi-Yang. Was bekommen wir jetzt? Uffi-Yang. Schlüssel. Yay, wir können endlich mal zumal ausbrechen. Ach nee, wir sind ja schon draußen. Mit nem Wuffi dran. Oh, das heißt, es ist bestimmt, äh, der Schlüssel zu der Wuffi-Türe. Mhm. I, I sing so too. Ich kann mich aber nicht mehr, doch kann ich? Okay, aber sonst? Dankeschön. Okay. Aber erst mal noch die hier, ne? Oh, genau. Ah. Oder sowas? Ah. Holzgriff. Ach, ein Holzgriff. Okay. Mhm. So. Ach so, ich glaube, er gibt uns sogar den hinweisenden Tipp. Untersuchen. Da-da-da! Aha. Also, du hast gar nicht so verkehrt gelegen vorhin. Mit etwas zum Zerschlagen. Du hast, glaube ich, sogar das Wort Hammer erwähnt. So, und hier? Die kleine Wuffi. Okay. Anderweitig kann ich das nicht? Scrollen irgendwas? Nö. Okay. Was ist das da links immer? Mit dem A. Der nächste. Der nächste Ring. So, hier. Pass auf. Hä? Hm? Hä? Ich bin nicht verstehe. Wow. But nothing else. So, was ist denn, wenn ich mich jetzt so... ...mich wieder vor der Tür. Oh, coole Tapete. Äh, ein Schmetterling? Ja, der ist aber ein bisschen groß geworden. Aber es gibt wirklich so große? Da warten wir nochmal. Warte, warte. Ach ne, hier geht's aber sonst nur noch... Na, na, okay. Schmetterling. Hi. Ein roter Schmetterling. Er ist schön. Ja, und jetzt hau ich dich mit dem Ding ins. Holzgriff. Geht nicht auf. Weil der Schmetterling sie zuhält. Ja. Mit seiner ganzen Kraft dagegen drückt und... Warte mal, konnte man mit den Büchern irgendwas? Nö. Der zieht das hier dann immer bis hier hinten. Bis die Lupe dann weg geht. Okay. Hallo? Aha. Ja, renn doch mal gegen. Nö. Okay. Warum denn? Was soll ich da drin? Du bist ein Mann, du musst Gewalt anwenden. Ja, das ist nämlich das Miese. Wir sind aus dieser Tür jetzt gerade gekommen, aber er stellt uns in diese Richtung hin. Das ist übelst mies. Also und drehen. So. Und raus. Und so. Und so. Und die war das doch, ne? Ja. Und so und so. Oh, ja. Na super. Isn't it pretty? Man kann sich hier in alle Richtungen drehen. Hallo. Da war wohl einer besessen. Ein bisschen. Und links. Da fehlt was. Da fehlt ein Foto. Schwer zu erraten, welches Foto da reingehört. Ja. Schon. Okay. Oh. Guck mal. Siehst du die Kratzer? Ja. Gab's nicht auch so eine Kratzer teilweise auf den Bildern? An den Wänden? Weiß ich gar nicht. Was wir gerade angeguckt hatten? Wo dieser eine Regen da auf dem Tisch lag? Ich glaub da war auch eins, was so ein bisschen zerkratzt war. Okay, aber hier fehlen einige. Ja. Oh. Okay. Eine Mönze. Oder was auch immer. Was ist das denn? Rostig oder blutig? Das ist die Frage. Und für was brauchen wir die? Tja, das ist die Frage, ne? Jetzt sind Snickers. Ja. Hm. Okay, wenden wir uns einmal der Tür zu und dann gucke ich einmal kurz. Untersuchen. Das ist die Frage, ne? 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 Vielen Dank.